Mit dem neuen Motorradanhänger WOM 1500 lassen sich Motorräder ab sofort kinderleicht auch alleine verladen, transportieren und auch wieder abladen. Gesichert werden kann der vollgebremste Anhänger mit einer Safety Box XL, die über der Kupplung verschlossen wird. Dank Stützrad lässt sich der WOM 1500 mit seiner nutzbaren Länge von 3,01 m und 1,69 m Breite problemlos wie jeder andere Anhänger angucken. Ein Sicherungsseil verhindert im Ernstfall das ungebremste Verlieren des Anhängers. Zum B- und Entladen lässt sich das Nummernschild einfach umklappen. Die gesamte Plattform lässt sich hydraulisch auf dem Boden absenken. Gestartet wird dieser Absenkvorgang über einen Hebel mit zweimaligen Pumpen an der Hydraulik. Während des Absenkens drehen die Radkästen an der Radachse mit. Durch das Absenken entfallen nicht nur lästige und fummelige Rampen. Man kann mit dem Motorrad nämlich problemlos auf den Systemanhänger auffahren. Das Standalone System mit Radhalterwippen wird zunächst für den Transport auf dem Motorradhänger platziert. Allein das Eigengewicht des Motorrads reicht für einen festen Stand aus. Eine spezielle Bodenbeschichtung lässt nach dem Verladen nichts mehr verrutschen. Für die Verzuchung mit Spanngurpen stehen eine Vielzahl an Ösen und Öffnungen zur Verfügung. Vorn angefangen wird das Sichern so zu einem Kinderspiel. Insgesamt finden bei einer Nutzlast von mehr als einer Tonne auf dem Worm 1500 mindestens zwei große Motorräder oder sogar ein Kleinwagen problemlos Platz. Nach dem Verladen wird das Nummernschild mit einem Handgriff wieder hervorgeholt. Dank Hydraulik wird auch das Hochpumpen zur leichten Aufgabe für jedermal. Während der Fahrt liegt der Anhänger mit Auflaufbremse satt auf der Straße. Egal ob in der Stadt, auf der Autobahn, Schnellstraße, im Gebirge oder in Kurven und Kehren. Der Motorradanhänger Worm 1500 wird zum perfekten Begleiter und läuft stets richtig gut hinterher. Dass der Hersteller mit dieser Meinung nicht alleine steht, beweist er unter anderem Motorrad und Reisen, deren Redaktion für alle Produktionen nur noch den neuen Worm 1500 Motorradanhänger einsetzt und als äußerst komfortabel empfiehlt. So erspart man sich nicht nur den Stress einer langen Anreise auf dem Motorrad, auch die Reifen werden geschont. Dank der neuen Systema Anhängerserie mit komplett modularem Aufbau ist es problemlos möglich den Anhänger zu erweitern. So wird aus dem offenen Motorradanhänger ein überdachter Allzweck Anhänger. . Das Abladen am Ziel einer Reise gestaltet sich genauso einfach und stressfrei wie das Beladen am Anfang. Wieder wird die Plattform abgesinkt, das Nummernschild umgeklappt und die Motorräder entsichert. Mit wenig Kraftaufwand lassen sich so die Motorräder vom Anhänger herunterfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020